Herzlich Willkommen beim Let's Play Link to the Past von Draxia LP. Ja, beim letzten Mal sind wir dabei stehen geblieben, dass wir hier irgendwelche Kacke gemacht hatten. Äh, und dabei... Hä, haben wir jetzt, ähm, dingstens genommen? So. Und dabei hatten wir, äh, ich hätte jetzt lange nicht aufgenommen, jetzt mach ich das ein bisschen im Voraus, damit ich schneller welche rausbringen kann. Oh, ah, nein, ach man, was soll denn das? Ich möge die alle nicht. So, dann besiegen wir die schnell mal. Ah, au. So, warte, jetzt ist er in der Falle. So, jetzt machen wir ihn richtig fertig. Hey, wir haben Schlüssel. Egal. Gibt's hier vielleicht... Nö, keine Heilung. Ach, Mann, oh. Oh, Mann. Unter dem Passivrauchern ist es immer nicht so schön. Wir mögen alle das Rauchen. Okay, also wenn ihr Kinder seid, dann raucht ihr jetzt bitte. Und wenn dann, wenn euch irgendein Polizist erwischt, dann sagt ihr, ihr habt ein Let's Play geguckt, wo jemand gestorben ist, obwohl er nicht sterben wollte. Ähm, ja. Ja, inzwischen geht es übrigens mit dem Vorspulen. Ich hab das jetzt geregelt. Da, von daher ist es jetzt, aber jetzt, man, da. Nicht mehr so schlimm, wenn ich hier ein bisschen verkacken. Weil wir schnell, wir relativ schnell halt wieder zurück dahin kommen, wo wir hin müssen. Leider kann man diese dumme Stelle, ah, hier nicht überspringen. Und von daher holen wir uns hier auch ein paar Herzen. Aber das Schlimmste ist immer diese eine Stelle, wo man echt, wo man leider kämpfen muss. Total nervtötend. Oh, nervtötendsten finde ich immer noch diese kleinen, dummen Viecher hier. Und hier muss man einfach nur in der Mitte hochheben und dann kommen die alle. Ja, jeden Haar, ein, ein Herz. Ja, sind es jetzt nur noch drei? Naja, was soll's. Aber wir haben jetzt den Schlüssel und sind damit gerettet. Hm, natürlich. So. Es geht alles viel schneller und flüssiger. Und damit ist es auch alles viel entspannter. Also, das ist mit dem Vorsprung, das ist echt eine gute Erfindung von Machern. Oh nein, das müssen wir den besiegen. Ah, nein, 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 nein. Na, 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 na. So. Das ist ja schon mal schön. Dann nehmen wir ihn einfach da weg, ohne ihn zu besiegen und gehen hoch. Oh nein. So. So. So, haben wir gleich den Knopf gefunden? Schon mal schön. Oh nein, bitte. Zweifeln. Aaaaaaa. He. Das ging ja. Ging ja flott. Ach du lieber Gott. Scheiße. Wollen mich jetzt alle hier verarschen. Aber, 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 Prozent Prozent er in der Art geschafft wird die gut hier ist es nicht geile Leistung Prozent nicht sterben nicht sterben nicht sterben zu mir eingefallen will tutsch ach nee das ging ja nur bei den Monstern es geht ja nicht was soll denn das kann man die nicht besiegen ist die was wenn wir uns mal den den da den da so und dann Prozent man den abendet in der Wegkriegen nein so nein eine Bombe vielleicht wird die Bomben gegen die Kinder werfen wir haben nur einen Versuch bumm ja oh man oh man und da sind wir wieder hier fragt sich was man hier machen muss irgendwas mit dem Typen wahrscheinlich das sieht ziemlich aus als ob man da irgendwas machen muss hey wahrscheinlich muss man den ermorden ähm aber ich befürchte dass wir das nicht können irgendwas was fehlt uns noch oh nein bitte war r 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 g r Irgendeine, irgendwas haben wir vergessen. Irgendwas haben wir vergessen. Ich frage mich was. Diese Frage ist nicht immer leicht zu beantworten. Was soll's, wir müssen sowieso wahrscheinlich nach vorne. Also das war alles geplant. Es war alles geplant. Also ihr könnt mir nicht andrehen, dass hier irgendwas nicht geplant war. Ich hatte gerade schon im Hinterkopf. Ja ne, zu sterben wäre wahrscheinlich die beste Lösung. Hey, wir haben es geschafft, ohne ein Leben zu verlieren. Das ist echt geil. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum haben wir nur drei Herzen? Ich sag's euch. Es ist eins. Jetzt haben wir vier Herzen. Aber das ist so, weil man ganz am Anfang drei Herzen hatte. Und ganz ehrlich, wenn ihr sterbt, habt ihr nicht mal ein einziges Herz noch. Na doch, ihr habt noch ein Herz, aber... Selbst wenn, selbst wenn ihr ne Rüstung oder sowas bekommt, habt ihr immer nur noch ein Herz, oder? Ich zeig euch das einfach mal ein Trick, wenn man die geiler besiegt. Äh, ja, ja, so kann man die richtig geil besiegen. Nein, einfach nur so ne... Dings ins Gegenwerfen. Deswegen stehen die ganzen auch hier rum. Da, okay. Wir müssen, glaube ich, nämlich hierhin. Äh... Und was ich nicht gesehen hab... Man kann da reinjumpen. Tja. Hättest du nicht gedacht. Hey, yo, was geht? Mal sehen. Aber anscheinend... Hey, doch, man kann die... Ich hab den Bogen gefunden. Verschieße damit Fall, solange der Vorrat reicht. Ah! Solange der Vorrat reicht. Ah! Ah! Hilfe! Ah! Ah! Nehmen wir uns den gleich mal zur Brust. Den geilen Bogen. Der super... Ah! Geil ist das einfach nur geil. Wir lieben dich. Babababada! Wir lieben dich. Ob jetzt daran lag, ob wir in diesen Topf gesprungen sind, dass wir den Bogen holen konnten, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Äh... Lalalala. Hey, ohne ein Leben zu verlieren. Ich find das immer noch so egal, dass wir das jetzt dauernd schaffen. Komm. Ja, nein, nein. Ah! Nein, die kann man nicht holen. Ja! Geschafft. Ah! Und hier sehen wir auch unseren hypergeilen Trick. Den uns... Unser... Was auch immer das war. Vielleicht war es unser Dad. Unser Dad. Dad. Hey. Ah! Hey! Ja, ja. Wir besiegen erstmal den Typen, bevor wir diese hübschen Dinger einsammeln. Jetzt kommt nämlich der Endgegner. Unser Lieblingsgegner. Puh. 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 Wahrscheinlich, weil ich die Folge gesplitten, weil ich die einfach nochmal besiege, weil ich keine Lust hab. Baaah! Äh, 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 äh. Nichts passiert. Äh, nein. Okay. Äh, äh. Lalalalalala. Okay, also, wir müssen sie mit den Pfeilen treffen. Dreimal. Ja. Das ist auch, glaube ich, hier alles nicht so schwer. Oh, nein. Puh. Ah! Lalalalalala. Okay, solltet ihr eure Pfeile wirklich nicht verschießen hier? Nein, Mann. Was soll denn das? Ah. Frag mich, ob man... Ob man... Ob man... Ob man... Ob man... Nee. Entschuldigung, dass es jetzt hier so oft, ähm, selbstsam abbricht. Ich habe hier kleine familiäre Plopro... Plopri... Probleme. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Komm schon. Ich will eigentlich gerne mal wieder ein bisschen Nachschlag an Pfeilen haben. Gerne. So. Ein bisschen. Nein. Okay, und jetzt ist unser... Ah, wow. Shit. Ah. Ah, okay. Ah, ja, das ist jetzt ein bisschen Scheiß. Ah, lauf, komm, lauf. Oh. Ah, nein. Mann, ey. Mann, das ist jetzt... So, ich... Mann. Ah. Egal. Ich höre jetzt mit dieser Folge auf. Beim nächsten Mal werden wir den Endgegner machen. Ihr habt gesehen, wie es weitergeht, wenn man den Bogen kriegt. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Seht's. Tomo. Irriler. Wahnsinn. Hier diagnosis. Guter. Wenn du ganz Neub Acho.